EWI El Niño Das Wetterphänomen El Niño schlägt alle zwei bis sieben Jahre zu. Es heizt den Pazifik rund um den Äquator auf und lässt das Wetter verrückt spielen. Dürren, Stürme und Überschwemmungen sind die Folgen. Das stellt die betroffenen Menschen vor große Herausforderungen. Sie müssen ihr Leben, ihre Häuser, Schulen und Felder schützen. Oft werden ihre Ernte und damit ihre Lebensgrundlage zerstört. Naturkatastrophen haben einen großen Einfluss auf Ungleichheit und Armut eines Landes.